Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ja, wir machen heute mit Metro. Es ist leid. Wir sind im Reich. Ben-Nazis. Mitten rein. Uiuiuiuiui. Um die Freaks und genetisch Unreinen vom Anschlitz der Erde zu verwandeln. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Hanse und die gierigen Rotten fletschen ihre Giftzähne, um anzugreifen und das zu stehlen, was rechtmäßig euch gehört. Aber was ist der Fall? Was wollen Sie? Scheiße! Was zum Teufel? 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 Irgendwo Beverly be заметet. Wischöre! heavy immune Es ist losnistisch! Herr accidenti! Wischöre! din der Was haben wir jetzt noch nie? Wir nehmen doch die Waffe, der nix hat Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Okay, sieht so aus, als hätte ich mir sie abgehängt. Jetzt behalten wir uns besser zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße, eine Sackgasse. Festhalten? Puh, Endstation, was? Sehr clever. Nützt dir nichts. Von hieran müssen wir gehen. Mir nach. Hm. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reißboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Loch. Komm her, Aktion. Was ist das für... Das können wir doch noch im ersten Teil. Was ist nicht dieses Kolpione gewesen? Das ist nicht auf Weißen mehr, oder? Komm her, Aktion. Komm her, Aktion. Aktion, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Weißen mehr, oder? Komm her, Aktion. Komm her, Aktion. Die Spendennetze machen dich langsam. Aktion, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Halt die Fresse. Warte hier, während ich mich umschaue. Hm. Okay. Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Aktion, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie in den Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratsche in der Schicht. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Oh, die kommen nicht rein. Reichsvölker. Ich stirb. Nein. Hm. Okay. 20 Zeilen. Die noch. Das war nicht klein. Das war nicht klein. Das war nicht klein. Der lag noch. Schön. Was sieht, wenn ich da rein schieße? Scheiße, der war Schweinehund. Das war nicht klein. Zeig dich, zeig dich. Ja. Das war nicht klein. Das ist ein Dunkelmachchen. Oh. Okay. Nein, jetzt habe ich wieder... So. Ah, Kiste. Voila. Pfeier oder irgendwas. Genau. Ablooten das Zeugs. Die hat keinen Schaldämpfer. Dafür ein Visier, ja. Ja. Einträge. Licht. Achtung! Halten Sie Ihre Stellung! Verstärkung ist unterwegs! Ja. Die schweinehundig. Die schweinehundig. Scheiß Typen. Wie? Die schweinehundig. Der kann man's schweinehundig. Die Schweinehundig. Nicht nicht. Shit. Nicht hier. Wo ist er? Ich halte ihn doch. Jetzt hat es ein Krieg gesehen. Ich halte ihn doch nicht. Ich halte ihn doch nicht. So ein Scheiss. Jetzt haben wir den Bruder. Oh, sehr gut. Herrlich. Seh dich doch. Okay. Hier ist nichts mehr. Ich habe andere Pistole. Ich gehe noch kurz auf, ob sie frei zu spielen. Dann ächsele ich wieder. So. Ich muss die Waffen aufnehmen, damit sie beim Händler aufgespielt sind. Komm ich jetzt darüber. Hier. Okay. 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 Wie ist der du das? Nein, du brauchst dich nicht zu ergeben, ich mache keine Gefangene. Ah, die Messer sind voll cool. Die Medizin auch, was ich brauche. Das ist wichtig, weil du es auch nicht zu ergeben. Und wo jetzt weiter? Was ist denn eine Lüftung? Ah, hier. Ah, shit. Was für Spinnen. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Dann holen wir den raus. Kleine Scheiße. Ich kann keine Waffe. Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in Nullkommanichts nach Hause. Scheiße. Die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Schlinge. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Vielleicht nur diese Scheiß. Na, Zippa, siehst du. Du, 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 komm schon. Sag, meine Mutter ist eine Mutter. Sag schon, du Stück Scheiße. Ansonsten bist du ein Freak, wenn deine Mutter Freaks zur Welt geringt. Ah, das ist voll. So. Was heisst das? Wie öffnet man diese? Gar nicht. Oh, das sind zu viele. Oh, das sind zu viele. Meine Mutter ist eine Nutte. Oh. Ah. Ah. Eine falsche Nutte offen. Keiner holt sich ein. Oh, 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 oh. Tatsache, Stolz. Einer von uns hat das seite geschafft. Darüber bekomme ich dich. Tadarara. Au, shit, shit, shit. Ist die Waffe so. Wir erleiden Verluste, Vorsicht! Testen wir auch mal. Schauen wir mal ob ich keine Wurfwaffen habe. Ich habe so viele gebraucht. BAMS! Jetzt werden dann die Verstärkungen kommen. Natürlich. Ich habe hier das Mooney. Gut. So. Nichts drin. Schauen wir es dunkel machen. Messer für ein Auge eingesteckt. Schade, kann ich die nicht nehmen. Schade, schade. Hier habe ich schon. Das ist verschlossen. Ich bin voll. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Ob ich hier auch noch was machen kann Doch hier Was das genau war jetzt Keine Ahnung Darum muss ich hier rein Was ist da hinten durch? Schauen wir ob die jetzt offen ist Schauen wir leise Keine Aufstehnde Keine Aufstehnde Das ist nur die Kühlkette Die Hanfplantage vom Führer Hohenschlungen Was ist das? Die fressen diese grünen Pilze, oder? Freunde, Freunde Die kann ich aufmachen Nichts aufnehmen Die werden zwar besser Das ist noch eine bessere Waffe Und da ist nichts Da vorne ist einer Oh, da sind ja eine Menge Jungs Was sieht das eigentlich? Nicht Nichts Dann locken wir den Jungen her. Komm, Otto. Was haben sie dann den Toten? Ration menschlicher Schutzschilder. Nein, nein, bitte nicht. Ivo. Sehe ich ihn nicht. Für die Mooney. So. Loot, Loot Ah, jetzt noch runter Machen wir zuerst oben sauber Kohl Frieden sei mit dir Die Rohrbomben sind auffallt Und so ist Die Rohrbomben sind Die Rohrbomben sind Alles voll Alles voll Jetzt ist die Türe auf Nein, 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 ich bin im Licht Ich bin im Licht Die Verhandlung des gefangenen Spions Von der Notbeschwerden Alle reichen Bürger Die gerade nicht in den Sinn Werden Pickel an daran teilzunehmen Und lasse ich mal Shit Einen von uns hat serviert Das wäre auch noch Jetzt bist du erledigt, Kommunist Bist du erledigt, Kommunist Kennt den Sinn drin, schade Schade, schade Kommt her Kommt her Kommt her Und Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Und die hat ein Zielfernrohr drauf. Alles voll. Nicht drehen. Gletschen sie durch, durch den Boden durch. Assentstation. Hey. Nein. Scheiße. Doch ein besserer Schrott. Oh, da kommen sie alle. Da kommen sie alle, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja. Die himmel sind. Wie ist das? Woher ist das? Das ist doch so schützt. Schreibe Im nächsten Mal. So, das letzte dann. Let's turn across? No. Also, if I do not fall. Shit. Was fällt mir da? Das Zeug zu öffnen. Ich hätte hier noch einen Schlüssel finden müssen. Logo. Habe ich glaube nicht. So, das ist ja gar nicht hier. Ich dachte, ich kann hier noch was machen. Da wird zu. Verschlossen. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Aha. Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen. Ich komme raus. Ich komme raus. Ich komme raus. Ah. Ist das jetzt für alle diese geschlossenen Räume? Oder nur für den Safe? Ich komme raus. Auch für die Schränke. Das war alles. Ich wundere, ob das für die Schränke auch geht. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich komme raus. Ich komme raus. Gut, 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 gut. Nein, natürlich immer. intentions. Hm. Mensch. ... ...